jo und wieder mal herzlich willkommen bei jojo spielt minecraft jo was haben wir heute vor ich bin heute mal alleine nicht zu verkaufen ja da kann mich mal wenn ich hier was abbaue oder aufstelle ist es mein ding ne jerry und wir machen erst mal gucken wir alles hier jetzt ist ja den kennt ihr schon was hat denn da einer scheibe okay schlüssel die kann ich gut gebrauchen da muss ich aber alles abbauen okay brot hat er auch schon für mich wunderbar aber ich habe noch keinen hunger so da wird was anderes gebaut jerry hat natürlich ganz schön übertrieben ja das ja schon mehr als ein grundstück voll drüber weg hier alles dunkel da können schön die monster spawnen hier sind ja auch grundstück gehen an der robin baut hier okay auch da kann ich hier auf sein grundstück punkt spucken wer baut denn hier hier wohnt emlis betreten auf eigene gefahr da war uns mal schilder bauen ach hat ja sogar schon nett von dir dass ich schon welche hingestellt hat so ich war drauf was nun so so 1968 verlesen kann ist ein vorteil ja dann wollen wir mal sag ich war drauf was nun und ich lebe noch wollte noch eine hinten da ist nix hier baut auch einer wer baut denn hier fio lp okay oh mit 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 guck mal ich streichle die mit der feder hoch sind aber schöne teddybärchen hier oh ich gehe ja ab bis heute ist noch friedlich und ab morgen kommen die ganzen monster ja wie das da abgehen kann da braucht ihr euch nur mal mein modpack mal angucken was ich in letzter zeit gespielt habe so was mache ich denn noch wir könnten ja eine heule gegen ne muss ja hier und wo ist ja schon fertig hier ok wofür will denn das denn haben keine ahnung ich weiß ja nicht ob das so gut aussieht warum schon großen keller hier nähe wir können auch tiefer gehen also von daher ist ja kein problem ja wir wollten in der hölle gehen kloster und holen denn auf in die hölle aber ich brauche level 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 oh ich habe das stadtbild verändert jetzt kriege ich aber besuch oder kriege ich erst post ich weiß es gar nicht da muss ich mal drauf achten äh ich brauche was ich brauche level ich habe nur level und ich brauche um die hölle zu kommen ein level zurück ein level das sind zwei level die ich brauche toll was ist wenn ich den vogel töte jerry such doch seinen vogel warte mal bleib hier komm wieder runter ich habe kein fahrer du hast mich angekackt oder wie schäm dich ich kann ich jetzt ein level kriegen würde ich keine kohle finde was ist denn da wege lagere oh oh ich denke die sind ausgeschaltet die monster wo die kommen ja hinterher hilfe ich brauche hilfe scheiß wege lagere die kommen hinterher gelaufen das ist ja fies die dürfen ja gar nicht aha wenn man die nicht mehr oder das war knapp so stehe ich brauche zwei was habe ich gekriegt ein ok braucht nur ein jojo denkt an die wege lagere was ist denn da was ist denn da wo ich noch irgendwas oh man was ist denn da ich brauche punkte äh level was ist das komme ich ja nicht mehr raus das dauert mir zu lange ich mache mir jetzt mal ein schwert ein schwert ein schwert der fürster kommt ne der hat doch keine schwerte oder ach mir doch egal was er hat was jerry darüber sprechen wir doch über die wege lagere ne sowas gibt es gar nicht hier das verbiete ich mir hier muss ich hier ich nehme abkürzung so ist keiner drauf der das nicht mehr sagen kann benutze die wege so wenigstens stürzt der computer nicht ab ich bin hier alleine ich brauche Eisen was haben wir hier unten Eisen, Eisen, Eisen ah warte mal haben wir kein Eisen, wo hat denn das denn wo ist das Eisen hier ja das reicht dann tun wir das noch rein, das noch rein das tun wir rein, das tun wir eben das hier alles rein ready aber das tun wir auch hier rein machen so dann wollen wir ein schwert und eine Pickaxe ja wir haben die zack aber die Feder muss ich behalten so jetzt wollen wir mal leveln den kann ich nicht töten ich brauche noch ein Level um wieder zurück zu kommen die nächsten zwei oder drei Tage werden keine Folge kommen aus dem einfachen Grund weil ich morgen zu einer Beerdigung bin von meinem Cousin der ist im Alter von traurig aber war mit 57 gestorben wieso greifen die mich nicht ach ja wird ja ausgestattet aber die Legerwagen die die greifen mich an ne das ist ja fies ok das war nicht gut ich habe hier die Ratten gesehen ich bin der Rattenfänger jetzt wenn die mal stehen bleiben würden dann könnte ich auch zuschlagen ich habe doch eine Flöte die funktionieren hier aber nicht die Flöte ja da müssen wir woanders hin vielleicht kann ich ja Kohle abbauen gehen wir trotzdem ja ich brauche ein was war denn das denn eben keine Ahnung was das eben war hier haben wir noch ein Pferd da ist oder ein Esel keine Ahnung ich töte die hier jetzt immer noch zu wenig ich habe noch so eine Mitzikatze gesehen da ist die ja komm und steh immer noch zu wenig dann getroffen da ist ja auch noch was ein Maulwurf da wird sie gleich einbuddeln weil ich komme ja siehst du ach du shit ich habe deine Mama getötet das tut mir leid dann musst du auch mal sterben ja ohne Mama kannst du ja nicht groß werden ich habe zwei und tschüss Jerry wenn du mich jetzt verklagst ich weiß genau du hast mein Video gesehen so wo ist denn die Stadt ich glaube ich laufe verkehrt ne ne ich laufe richtig da muss ich lang die kann ich leider nicht töten die Wächter loofe loofe da hinten das Gebäude das kann ich ja noch gar nicht aber wir wollen in der Hölle mal gucken wie die aussieht ja so wie gesagt die nächste Folge kommt denn erst Freitag und da weiß ich nicht ob ich streamen soll wo ist denn der ein Baum ja hier ist er da ist er doch der Stein Farm wird visionärter es funktioniert es funktioniert hoffentlich ist alles okay bin ich denn hier geraten ah oh oh was ist das denn hier kann ich aber nicht töten kann ich aber nicht töten ja da sieht doch schon mal nice aus oh aber schnell rein hier wieder oh 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 was ist das denn hier was sind denn das für Wesen welche waren das jetzt F3 ne ah ne das wird der ja dann muss ich mal gucken ah ja okay dann gehen wir mal kurz raus was sind das denn da aber kloster und hängt da hier viel ne wollen wir mal dahin gehen oh die sind aber nice aus und gefährlich umdrehen ja das ist doch ein geiler wie willkommen dann noch von ich haue ab oh cool okay die Folge ist eh vorbei dann sage ich mal tschüss bis zum nächsten mal und nicht vergessen zu abonnieren kommentieren zu liken teilen und schaut auch bei den anderen rein was die so bringen dann sage ich mal ja bis Donnerstag oder Freitag muss ich gucken ciao